200 Milliarden Euro, das ist der derzeit größte Geldwäsche-Skandal Europas. Und seit Monaten erschüttert er Dänemark und Estland. Und er reicht bis hier nach Brandenburg. Das haben unsere Kollegen vom ARD-Magazin Kontraste herausgefunden. So soll mit dem Geld aus vermutlich kriminellen Quellen, zum Beispiel bei einem Autohändler bei Königs Wusterhausen, bezahlt worden sein. Wie André Katschal berichtet. Ein Gebrauchtwagenhandel bei Königs Wusterhausen. Auf den ersten Blick kaum vorstellbar, dass die Spur eines milliardenschweren Geldwäsche-Skandals hierher führt. Es geht auch nur um einen sehr kleinen Teil davon. 16.000 Euro für einen gebrauchten Lieferwagen. Im Jahr 2008, das ist schon zehn Jahre her, hat mal jemand einen Mercedes Sprinter bei Ihnen gekauft? 2008. Kannst du Ihnen zeigen? Der Händler kann sich auf Anhieb nicht genau erinnern, aber als wir ihm einen Kontoauszug vorlegen, bestätigt er, dass es sich um sein damaliges Konto handelt. Das Geld kam aus Tallinn, Estlands Hauptstadt. Von der skandalumwitterten Niederlassung der Danske Bank. Mehr als 200 Milliarden Euro sollen hier insgesamt gewaschen worden sein. Dem ARD-Magazin Kontraste und der Wochenzeitung Die Zeit liegen jetzt exklusiv hunderte Kontoauszüge vor, die zeigen, wie das System funktionierte. Über anonyme Briefkastenfirmen, die alle Konten bei der estnischen Danske Bank hatten. Von diesen Konten aus wurden reihenweise Rechnungen bezahlt an deutsche Firmen für hunderte Warenlieferungen. Die Waren wurden dann nach Russland geliefert. Dort wurden sie dann wohl einfach verkauft und damit war das Geld erfolgreich gewaschen. Ein System, das für Laien kaum zu durchschauen ist. Der Gebrauchtwagenhändler ahnte anscheinend nicht, dass bei ihm Schwarzgeld gewaschen wurde. Die Spuren des großen Geldwäsche-Skandals bis in unsere Region. Das ist nachher das große Thema bei einem Kollegen von Kontraste ab 22.15 Uhr im Ersten. Ausatmen sagen.